Moinsen und willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Ja, äh, letzte Folge, ne, dicke Schießerei gewesen. Ähm, da werden wir uns wohl erstmal nicht mehr blicken lassen können. Ich will gar nicht wissen, wie hoch da mein Kopfgeld ist. Ähm, die nächste Sache ist ja eigentlich, fällt mir grad mal so auf, äh, ein, äh, wenn ich jetzt diese Kopfgeld, äh, Mission da, ui, wow, Sprenger, äh, mache. Wie soll ich denn den da abliefern? Ähm, das könnte ein bisschen schwierig werden, glaub ich. Naja, wir gucken mal, wir gucken mal. Erstmal bin ich irgendwie da durch. Wollen, dass die mich dann jetzt sehen. Oh, vorsichtig. Guck mal, Chaco, schön abgebremst. Gehen können wir durch, okay. Darüber. Ich reihe da wo ein Müll hier zusammen. So, vielleicht sollten wir uns erstmal ein paar anderen Waffen zunehmen. Mann, das sieht echt schön aus hier. Mit dem Fluss in allem drum und dran. Was ist denn da, jetzt ist es wieder weg. Braucht's hier, soll er gewesen sein. Oh, ganz ruhig, Chaco. Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn wir unbedingt Raubfrieren sind. Du hast das Revier eines legendären Tiers betreten. Ich finde, untersuche die Spuren, um das legendäre Tier zu jagen. Den habe ich denn da gefunden. Ein Steinbock. Und da vorne ist das Fragezeichen. Na, wollen wir nochmal... Wer bist du denn? Nein, 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 nein. Also jetzt bin ich doch eher aufs Jagen aus. Dafür haben wir die gute Flinte. Ein Bogen. Über die noch. So, da ist die Spur. Mein Steinbock wird ja wohl uns hier nicht die Hölle heiß machen, oder was? Da vorne hin. Nee, tut es ja nicht. Okay, woher bist du? Hm? Ach, da doig. Okay. Und jetzt... Das ist ein Rümsch-Normale. Ah, da. Da ist die Spur. Heute war was. Fährte Folgen. Da rüber. Da runter. Da lang. Oh. Nein. Ach komm, jetzt haben wir nicht das Spiel ist wieder abgeschmiert. Bitte nicht. Das ist so nervig, Alter. Ja, abgeschmiert. Okay, bis gleich. Ja, ihr seht ja selber, wo wir sind. Da sind wir, ne? Und da irgendwo waren wir. Deswegen werde ich jetzt das nochmal anklicken. Und, äh, nochmal Cut machen. Bis wir dann gleich in der Nähe sind wieder. So, ich kann mich dran erinnern. Hier hoch. Was sind die denn? Egal. Ja. Das ist mit der Waffe im Anschlag. Gefällt mir mal nicht. So, hier. Ähm. Genau, da hat er hier irgendwo, irgendwie, äh, Japper erschreckt. Oder nervös gemacht. Oh, ja, ich seh' gerade. Oh, ist da mal getötet. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. So, er müsste jetzt gleich hier irgendwo. Ja, komm, hier ist der See. Ja, genau. Ich bin im Revier. Äh, shit, 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 aber wo? Ja. Oh, fuck, da ist ein Bier. Der ist weg. Der ist auch weg. Bevor die beiden mich angreifen, wir auf den Sack gehen. Ne, 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 du. Äh, kannst du ansteigen, wenn er anhält oder vom Pferd? Ja, ja, ja. War bis jetzt mal sehr lukrativ. Äh, Wolfsherz. So, verstaunen erst mal. Das ist der erste Bär, den wir geschossen haben. Was steht denn da? Warte mal, was ist das da? Nehme ich einfach mit. Ähm. Ach, jetzt, ich wollte gerade sagen. Können wir heute? Bärenfell, gut. Bärenklaue. Tierfett. Wir haben nochmal was freigeschalten, den Bären, Gesamtfortschritt, äh, untersuchen. Untersucht? Nein, haben wir noch nicht untersucht. Okay. Müssen wir noch mal... Boah. Ja, jetzt. Im Staunen. Na, ich hoffe, dass ich Alt mal mitnehmen kann, daher. Das ist erstmal den hier schnappen. Da, wer ist er? Äh, Freunden? Hallo? Alter. Total, Junge. Aber ich ahne was. Ich ahne was. Und zwar werde ich... Entweder Bär oder... Bapiti oder wie das Ding heißt, da mitnehmen können. Gehe ich ganz stark von aus. Austauschen. Ja, scheiße. Das ist ja ärgerlich. Ja, gut. Schade. So, wo ist jetzt, äh... Warte mal. Ach so, der hat ein Hirsch. Ah, ja, okay. Der Bär hat ein Hirsch. Äh, gekillt. Äh, Wolf. Und dann kam der andere und hat ihn verschweigen wollen. Ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt werden wir gucken hier. Das ist auch noch ein Viech. Das ist ein fetter Hirsch. Ich weiß nicht, kann ich den eventuell... ...verschießen und mitnehmen? Das ist ja mit der Waffe gar kein Problem mehr zu jahren. Rocky Mountain. Hirsch. Nee, das ist auch wieder ein großer Scheiße. Ah, das ist ärgerlich. Aber Gewei-Handler. Kriegst du das? Wäre natürlich schön, wenn ich den jetzt drauflegen könnte. Aber muss mein Pferd überhaupt. Ich denke, man ist jetzt auch wieder nicht gehen. Du kannst dir alle... ...teile es hier ist ein, wenn du keinen Platz mehr hast. Öffne deine Tasche. Toll. Verdammt! So viel hier. Soll ich so jetzt erst mal hier den Steinbock? Wo ist hier? Nee, das ist... Warte mal. Da ist ein Bär. Warte mal. Wir sind denn... ...hier hingerannt? Mist. Was ist denn das? Da hinten ist... Nee, das ist... Nee, das ist... Nee, das ist nicht... Oder P.P.T. oder wie die heißen. Boah. Kupf ich runter. Ja, okay. Und noch mal. Und noch mal. Ah, jetzt kommt. Kommt. Nein. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Kann das sein? Nein. 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 Hier war das. Nee, da ist ein Tier, da ist ein Tier, da ist ein Tier. Was ist das da drüben? Ist das ein Elch? Tatsache, das ist ein Elch. Alter. Westgarnadischer Elchbulle. Ach so, untersucht man das. Ah. Ich verstehe. Ich sehe auch gleich, welche Qualität das hat. Das ist nicht ein Wildruthan. Oh, das stinkt hier. Nee. Nee, leider doch. Doch, doch, doch. Da war ich wieder irgendwas. Was, was, was. Ist das ärgerlich, ey. Hier gibt es irgendwie ein Hirsch oder sowas. Oh, da. Oh, da. Nee, ist ein bisschen böse. Bärenkacke hier. Essen. Hm. Ich will es jetzt echt wissen, Alter. Ich will es jetzt echt wissen, Alter. Ich wäre jetzt so ein legeläres Tier eigentlich mal fangen. So was für beschissen ist aber auch, ey. Nur weil das Spiel abgeschmiert ist, Mann. Das ist doch eine Kacke, sowas. Irgendwo hier kam die Nachricht, dass ich im Revier von einem besonderen Tier... ...warte mal, da unten geht was lang. Warte mal, da unten geht was lang. Bruthähne... Guck, da ist ein Tier umgefallen, gerade. Ich habe doch noch so eine Karte beigehabt, warte mal. Briefe. Nein. Zigaretten, Landkarten, Visiten, Bücher, Notizen, Schatz, Zigaretten, Stecken, wie Zigaretten. Ha. Zigaretten, Landkarten. Legendäre Fische, legendäre... Genau. So, lesen. So, das hatten wir schon. Okay. Wolf Steinbock. Irgendwo bei so einer Biegung. Geht der Fluss rein, da ist die Biegung. Okay, gucken wir uns jetzt mal auf der Landkarte an. Hier ist der Hirsch. Da oben irgendwo. Ja, es muss hier irgendwo sein. Vielleicht noch weiter hoch gehen. Hier geht der Fluss. Der Fluss geht da rein. So ein kleiner See. Hm. Ey, das ärgert mich gerade so, ne? Hey. Steck normale Rehe. Ach, Mann. Hey. Steck normale Rehe. Hier kommen. Ui, ich wäre jetzt eher da vorne. Das ist alles schönes mit. Du säufst jetzt aber nicht gerade ab da, oder? Oh nein, jetzt habe ich mir liegt es einfach nicht. Mir liegt es einfach nicht. Steinböcke, hier ist Steinböcke. Warte mal, kann ich hier irgendwas... ...besonderes erkennen, das ist alles... Was? Wo? Oh, nee. Oh, du kleiner... ...kirchen wir mal, was ich nicht gemacht habe, ich weiß nicht, dass du das mal ist. Ich hoffe, ich werde mich nicht mehr vergessen. Ich habe mich nicht mehr vergessen. ...dass mich jetzt nicht mehr vergessen... ...dass ich mich nicht mehr verraten... ...dass ich mich nicht mehr verraten. Was machen wir jetzt mit dem? Erstmal bündeln wir ihn. Schnauze. So. Kannst du dich mal wecken. Hat er sich so gedacht? Nee, nee, nee. Na gut, denn ich gebe es auf. Keine Ahnung an diese legendären Tiere. Hier gibt es so viele Gerüche über alles. Und kein Plan, wo ich da anfangen soll. Leider. Schade. Hm. Mann, ist das ärgerlich, ey. Erst mit dem Bären und jetzt das. Na ja. Kaufgeld, 95 Dollar. Na ja. Falsch abgebogen. Ja. Ja. Hier können wir wieder unser Dings loswerden, unser Kopfgeld. 95 Dollar, das ist ja nichts Ticket. Was ist denn da noch bis zu dem anderen Kerl, Alter, geht ja hier ewig noch. Warum bin ich ein... Moment mal. Moment mal. Ey, jetzt sag mir nicht, dass ich den Typen, den ich da reingekloppt habe, der war, den ich hätte... Oh, das ist doch... Nee, das war der mit den Fotos. Ja, ich raste gleich aus hier, ey. Also die Mission ist auch weg. Warum auch immer. Nee, da komme ich nicht rüber. Ey, das ist richtig, richtig ekelhaft. Dritte Mission jetzt schon für den Arsch. So, ich gebe jetzt auf Kopfgeldjagd. Halt, stopp, stopp. Deine Angst. Ja. 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 Oh, whoa, 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 whoa. Schön aufpassen jetzt. Nachladen. Ja. Warte mal, vielleicht können wir ja den Wolf hier auch mal untersuchen. Ja, hier wird es hin. Hä? Da ist er von hier drüben. Da ist er. Nee, kann man nicht untersuchen. Ja gut, er holt ab. Was kommt denn da jetzt wieder auf mich zu? Gar nichts, okay, er hat den Wolf gemeint, alles klar. Und anhalten. Ein Stern, naja. Die Folge, die ehrt mich gerade selber. Die ist ja nur ein Misserfolg gewesen bis jetzt. Achso, ich sollte eventuell mal verstauen. Verstaunen. Platz haben wir ja noch dafür, oder? Jawoll. So. Was ist da hinten? Oh, so ein Ohl, Scheiß. Wie weit sind wir noch von der anderen Mission entfernt? Ein Stück noch. Äh, den reine ich jetzt hier rüber und guck jetzt mal was da los ist. In der nächsten Folge machen wir die Kopf nicht. In der nächsten Folge machen wir die Kopf nicht. In der nächsten Folge machen wir die Kopf nicht. Ja, dann. Ah, ich habe einen Ball verstecken. Das ist aber mega groß. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, ich mache hier Schluss. Ja, wir machen Schluss hier. Das wird die Folge zu lange gehen. In der nächsten Folge werden wir uns denn das Bandversteck hier vornehmen, weil es echt groß ist. Ich denke mal, da können wir einiges rausholen. Ja, dann sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen und schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann.